Jetzt nehme ich ab, aber ich möchte wirklich gebratene Hühnerflügel und gebratene Hähnchenschenkel essen. Traditionelle gebratene Speisen enthalten viel Fett und beim Frittieren wird zu viel Öl verbraucht. Deshalb habe ich mir diese Luftfritteuse gekauft, die ölfrei ist. Sie befriedigt nicht nur meinen Wunsch, gebratene Hähnchenflügel zu essen, sondern bringt mich auch nicht dazu, viel Fett zu essen. Diese Luftfritteuse hat gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein großes Fassungsvermögen. Einfach zu bedienen und zu reinigen. Sehr zu empfehlen. Die Preis-Leistung dieser Maschine hat mich überrascht. Ich habe zum Beispiel Süßkartoffel reingetan und nach Handbuch eingestellt. Es hat nachher sehr lecker geschmeckt. Also weiter zu empfehlen. Ich war sehr positiv überrascht, bin begeistert. Super Luftfritteuse. Besonders bei dem Preis macht man nicht viel falsch. Alles funktioniert hervorragend. Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr wie ausreichend für einen 2-Personen-Haushalt. Ich verwende dieses Gerät vorwiegend für Fertiggerichte, welche man auch im Heißluftbacker zubereitet. Pommes- und Hähnchenteile werden sehr lecker knusprig. Das Gerät ist empfehlenswert. Ich erhielt die Luftfritteuse am Nachmittag, und ich konnte es nicht abwarten, abends die Hühnerflügel herzustellen. Es war so lecker. Die Außenseite war zart und das Öl ging aus, nicht zu fettig. Am nächsten Tag rief ich meine Verwandten im Haus an, rief alle ein, mit der Fritteuse zu essen, machte Hähnchenflügel, Kebabs, gegrilltes Gemüse und gegrillten Fisch. Das war so perfekt. Alle fragten mich, was ich verwenden sollte. Ich sagte, ich hätte es nicht ausgedrückt. Es ist die Sojasoße, die Öl und Salz verbraucht, und ist wegen der Luftfritteuse köstlich. Ein faules Artefakt wird nicht das Evangelium des Kochs sein. Wenn Sie befürchten, dass die Zeit nicht genau ist, können Sie sie in der Mitte anhalten, herausziehen, betrachten und das Fleisch wenden. Ich mag Chicken Wings immer, aber ich kochte vorher immer mit Öl. Jetzt kann ich nur mit einigen Gewürze die Chicken Wings sehr schnell kochen, ohne Öl. Ich denke, es ist sehr günstig und gesund, ohne Öl zu kochen. Ich werde damit später anderen Gerichte versuchen. Wenn die Heißluftfritteuse kleiner entworfen werden kann, werde ich das noch einmal kaufen. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Ich denke, es ist sehr gut. Bis zum nächsten Mal.